Meine, gestern bin ich mit der Steff wieder ein paar Meter weiter unten gestanden. Da hat sie mir erklärt, worauf es ankommt auf dieser Strecke. Aus Trainersicht, was sind die Knackpunkte hier in Leclois? Ja, die Strecken unterscheiden sich ein bisschen. Im oberen Teil sind natürlich auch Kurvenrennen, wo man gescheit fahren muss. Und da der untere Teil ist einfach, das sind die langgezogenen Kurven, da muss man die Geschwindigkeit dort mitnehmen. Speziell, so bis heuer ist, haben wir relativ viel Schnee da. Jetzt sind auch die Pisten vom Gelände her ziemlich entschärft, speziell auch bei mir jetzt die Zielkurven. Wichtig ist einfach, dass man die Geschwindigkeit, was man von hinten herbringt, vom Follow-Way oder Timing-Flett, dass man das da wirklich in der Passage noch mal gut mitnehmen kann. Weil da sind jetzt noch einmal 17 oder 18 bis draußen sind im Spiel, glaube ich. Und da ist relativ viel drinnen noch. Was auch natürlich wichtig ist, ist also Minuten 40 Fahrzeit, sag ich einmal. Und da muss man auch die Spannung noch einmal gut heben. Das ist auch, ich würde sagen, traditionell ein bisschen ein Fakt, was man mit spielt. Und ja, aber uns zwei haben das jetzt die letzten Tage eigentlich ganz gut gemacht. Jetzt muss man nur schauen aufs Rennen hin. Heute haben wir das dritte Training, das wir da auch die Konzentration da heben, bei leichten Passagen vollen, das da alles passt und das wir da ins Speedport mitnehmen. Du hast gesagt, du stehst auf der letzten Position von euch, Trainerpositionen. Was erklärt ihr den Athletinnen? Die Steffi jetzt gestern ein bisschen angedeutet, aber was gibst du, wenn jetzt die List nachher kommt, ihnen mit? Ja, wenn die letzte Position, was das meistens sagt, vielleicht mal ein Rutschen über Längs, ist ja noch ein paar Sachen, was oben gewesen ist. Dann kann man das noch einmal kurz durchbesprechen. Und dann geht man mehr oder weniger auf das ein, was man eh auch beim Videoschauen immer wieder bespricht, oder? Dass man das da nach einer Ort und Stelle noch einmal umschaut, genau. Und eben die wichtigen Sachen. Aber nach dem dritten Training gibt es, oder beim dritten Training gibt es da eigentlich nicht mehr viel zu sagen, das würde eigentlich passen. Okay, meine, danke.